Daily Daily Yonesa Oh I've got a nice day You're here with Yonesa Daily Daily Yonesa Oh I've got a nice day Ja was geht ab? Guten Morgen! Ja, krieg mir Wasser. Gott sei dank. Ich habe wieder Selleriesaff hier. Wir hatten zwei Tage leider Pa... ...Leider Pause, weil wir keinen Sellerie mehr hatten. Ich finde es nicht so schlimm. Ja, ich auch nicht. Voll lecker. Ne. Was wollte ich sagen? Und jetzt gestern waren wir einkaufen und da habe ich auch nur viermal Staudensellerie bekommen, also heute und morgen. Supi. Ja, was gibt's sonst? Gestern haben wir nur noch einen Film geguckt. TikTok geguckt. Aber das haben wir halt wieder gefilmt. Ja, dann haben wir einen Film geguckt, TikToks geguckt, gechillt. Ja, und heute mal sehen. Wir haben noch keinen Plan, oder? Nur für heute Abend. Essen gehen und spielen. Ich liebe spielen. Ja, mal sehen. Und jetzt machen wir vielleicht ein kleines Workout. Ich habe hier, also nicht so richtig Muskelkater, aber ich merke es hier, so in den seitlichen Bauchmuskeln. Habe ich gerade beim Schlafen gemerkt. Ja. Hallo. War ich ein Schirr mitlegen? Nein. Oder? Na, wenn es regnet. Ja. Hier sind meine Haare schön. Das ist die Klapp-mäßig so. Ja. Aber überall gewählt. Wir haben es jetzt fertig gemacht. Soll ich euch eine kurze Story erzählen? Habe ich auch gerade Elisa erzählt. Das ist das Oberteil von Tobi und Mahn, was die mal rausgebracht haben. Und ich habe das sehr geliebt, aber es war ein Fleck drauf. Da hat mein Freund mir gesagt, ich mache dir den Fleck weg, lass liegen. Das ist über zwei Jahre her. Das habe ich letztens mal selber versucht. Der Fleck auf dem Weißen ging nicht weg, aber das Schwarze auf dem Weißen ging weg. Und jetzt habe ich hier, wo der Fleck war, also der war ungefähr hier, bin ich mit weißer Wandfarbe drüber. Und wir gehen jetzt in die Stadt und werden uns zu Coffee Fellows setzen. Und chillen. Und danach chillen. Ganz nach meinem Geschmack. So war. So, hello. Wir sind gerade in einem Café. Es hat nicht ganz geklappt mit Coffee Fellows. Das muss wann anders gemacht werden. Wir haben eine, was war das nochmal? Mascarpone-Waldbeere. Soja-Irgendwas-Kaffee. Ich habe eine dunkle und weiße Schokolade-Mix. Und Käsekuchen-Schoko. Käse-Schoko-Kuchen. Käse-Kuchen-Schokokuchen. Und das ist richtig hübsch. Ich versuche mal, keine Leute drauf zu bekommen. Voll cool. Guten Tag. Hallo, willkommen. Hallo, was geht? Na, wo ist hier von mir unter dem Laptop? Ich arbeite mit seiner Küche. Können wir mal kurz sagen, was hier abgeht? Nichts. Danke, Marvin. Danke. Das ist privat. Aha. Unterliegter Datenschutz. Gut, ich mache einfach selber. Wir kochen gerade. Pilz. Oh. Oh, man sieht gar nichts. Pilzlasagne. Ja, eigentlich hätten wir die Pilze trocken müssen. Haben wir nicht gemacht. Deswegen, mal sehen. Weiter geht's. Scherz. Marvin macht. Aber die Soße sieht ja nicht gut aus mit den Pilzen, ne? Aber das reicht jetzt wieder nicht. Ja. Wieso denn nicht? Ja, weil wenn ich jetzt, guck mal, wie wenig wir noch haben. Ja, dann mach jetzt noch einen ganz kleinen Löffel. Dann machst du Lasagne drauf. Dann noch eine Schicht davon. Und dann als nächstes. Ist das Schmank oder Mozzarella? 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 Entschuldigung. Wollt ihr das Helle? Entschuldigung, Entschuldigung. Bechamelsoße. Aus? Selbst. Aus Bechamel. Haferdrink. Aus Bechamel. Ja, Haferdrink. Bisschen Butter, bisschen Mehl, Salz, Pfeffer, Muskat. Und ein bisschen Parmesan. So, so. Ich wache. Pilz. Wollt ich gar nicht. Nicht erst nach zwei Wochen. Pilzlasagne ist fertig. Sieht gut aus. Oh, je. Ich muss was gestehen. Wir waren heute kurz im Müller. Und wir wollten so ein kleines Exit-Spiel kaufen. Und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich habe ein Escape-Room-Spiel Jumanji gekauft. Mit drei Spiele in eins. Also wir können das dreimal spielen. Und ich liebe Jumanji. Ich freue mich so unfassbar darauf. Und das spielen wir jetzt. Das packe ich jetzt mal aus. Ihr stehen euch mal hierhin. Ihr könnt mir Gesellschaft leisten. Du kannst mir auch Gesellschaft leisten. Es gibt... Oh, sogar... Ah, drei Schwierigkeitsstudien. Nehmen wir es einfachst, Leute. Das Trommeln aus dem Bandschrank. Die Suche nach Jessie. Und brecht den Fluch. Oh Mann, das ist hier so blöd zu. Ich muss einfach den Scheißen von oben nehmen. Katz. Hier sind Schlüssel drin. Wir spielen das einfache ja das heißt die beiden lassen sich komplett drin also Jungs da sind ja drei Spiele drin in drei Schwierigkeitsstufen wir spielen dann das Einfachste ja ach so ich brauche Batterien scheiße ich mach dann mal schnell Batterien Wunderschöne Spielfeld fühl mich ja schon vorbei Wie läuft's Vanessa? Geht so Ich dachte es wird besser laufen, to be honest Aber nö Dann morgen Guten Morgen So was geht ab? Es gibt erstmal einen schönen leckeren In the morning Lecker lecker Erklär mal wie machst du das? Oh naja ich schmeiß den Thermomix, dann pack ich sie in ein Tuch und presst den Saft raus Super Super Ich tue Zähne putzen Und nebenher Oh Gott Das kann ich sie haben Diese Frau würde nämlich gerne arbeiten Ja Aber gerade sind keine Fichten da Richtig Wirklich Aber vielleicht habe ich ja noch Glück Mhhh 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 Ist das rein natürliche Ich hab Holz Abbaubar oder so Mhmm 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 Haben Sie was zu erzählen? Weiß nicht, du willst ja die Kamera einfach... Hast du was zu erzählen? Wir sind gerade in Bonarmee Ja Wir essen jetzt hier Ja Haben wir uns schon unser Essen ausgesucht Ja Wir wissen nicht wie die Sachen ausgesprochen werden Aber klingt gut Doch manche kann ich aussprechen Ja Ich hab ihn dann vergessen Meins heißt Baiti Oder so Nidl kann ich auch aussprechen Pide Das hast du Baiti Baby Baiti Und sonst so? Hübsch siehst du aus Ja Hast du dich auch extra hübsch gemacht? Wow Ja Ich So Extra hübsch Food is da Food is da Food is da Das sieht soo gut aus Manti Dings Und Pide Geil, geil, geil Vanessa hat gesagt Wow You can really dance Ah GEMA GEMA Lala Was für special effects Es hat gesagt Spielen wir Ich rede einfach Damit man die Musik nicht so hört Und damit keiner gar von der GEMA gibt Und Elisa führt und dann ich und dann Fabio Ja Das wollte ich schon sagen Und du zoomst gerade Stimmst Lalala 20 Letzte Runde Guck mal Spoiler Hier, macht man doch Letzte Runde Das war's mit dem Vlog Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog rein klicken Hier unten findet ihr die Playlist Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog Bis zum nächsten Mal